Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Ich bin... Und schnell rüber hier. Zumindest habe ich mich weg. Ich bin... Ja, sofort. Stufe 3 auch noch. Drei Wachen können sie greifen bei Sichtkontakt sofort an und tauchen sie unter. Hey, gut gemacht, Junge. Oh, ein Almosen, der bitte ist für unvorste Garten. Hier drüben. Alles klar. Was... Wer bist du? Du bist Achilles Bursche. Connor, oder? Ich sah, was am Bürgerhaus geschah. Schöne Bescheherung. Wer bist du? Samuel Adams. Stets zu Diensten. Achilles bat mich, dich aus Boston herauszubringen. Erkläre. Die ganze Stadt sucht nach dir. Hört her, hört her. Ein Krimineller treibt sich um. Man gibt ihm die Schuld am Massaker am Townhouse. Die Bevölkerung soll die Wache rufen, wenn er gesehen wird. Zehn Pfund für alle Hinweise, die zur Ergreifung des Ehren führen. Samuel Adams. Ah, super. Ja, das ist tatsächlich das, was ich machen will. Freunde, stellt euch vor. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. ... Komm her! Bam, Junge. So, geschafft. Oder wenn der Preis stimmt, wird er es sein. Kennt jemand diesen Mann? Sieh zu und lerne. Hört, hört! Wir erfuhren, dass der Verantwortliche für die heutige Schießerei womöglich verkleidet war. Eine Perücke und Schminke wurden in der Nähe des Tatorts gefunden. Zeugen sprechen von einem Mann mittleren Alters und blassem Tor. Wer zu den Landungsbrücken floh, ein Gewehr im Arm. Ich danke euch, Cyrus. Gerne. Dann komm mit. Eine letzte kleine Aufgabe bleibt uns noch. Wo gehen wir hin? Zum Drucker. Was glaubst du, wo all die Steckbriefe herkamen? Sie stammen aus einer Maschine. Gebe ich dir recht, mein Freund. Gebe ich dir recht. Was machst du? Ah, okay. Du folgst mir. Ich dachte, ich folge dir. Naja, okay. Wir sind zu spät. Da ist ein Kontrollpunkt. Komm mit. Hier lang. Ich könnte über die Dächer gehen und dich dort treffen. Nein. Besser, du lernst erstmal die Tunnel kennen. Tunnel? Die Freimaurer haben ein ganzes Netz davon unter der Stadt. Sie sind recht nützlich, wenn Eile und Geheimhaltung nötig sind. Okay. Tunnel. Wo sind diese Tunnel? Komm mit, Jung. Ich bin ja schon weg. Nee, dem Almanach ärgere ich jetzt nicht nach. So, wie komme ich jetzt da rein? Zu Fuß. Haltet ihn! Lasst den Potion los, sonst wird die ganze Stadt von euren Verbrechen erfahren. Was habt von ihm? Er ist nur ein Kind. Stärk, Sam. Okay, los geht's in die Tunnel. Schöner Tunnel. Sehr schöner Tunnel. Warte. 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 Nennt der Tunnel. Kann sein, dass du keine Antworten gibst, sondern einfach nur, ne? Na dann. Dann ist es wohl so. Dann ist es wohl so. Na, das gute alte Schlösser-Knackenspiel. Ja. 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 Dann gehen wir jetzt zum Drucker. Volle Synchronisation. Yes. Sehr gut. Ja. Ja. Dann klettern wir kurz mal hoch. Ja. Wenn das jetzt funktioniert. Was war das für ein Bug? Ja. 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 Die Druckplatte zu ändern ist ausgesprochen schwierig. Ja. 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 steckbriefe bestäche stadtschreier oder erstelle bei einem drucker deine eigene propaganda das ist falsch warum erkläre ich nicht einfach dass ich unschuldig bin ist das dein ernst wir erwidern lügen mit lügen gedruckte worte werden für wahrgehalten und all das ohne zu hinterfragen die ließen das biest los hast du das vergessen ich halte ja nur es zu zähmen und zu nutzen es muss einen anderen weg geben ein ehrlicheren wenn du es schaffst ihn zu finden wir werden wir spricht mit dem hafenmeister und er bringt dich heim hat dank für alles ich verspreche den gefallen bald zu erwidern ich zähle darauf so richtig